Herzlich Willkommen zu LaserscanningTV. Mein Name ist Ole Krause und ich stelle Ihnen heute unser fotogrammetrisches System vor. Das System heißt Scanreference, entwickelt von der Firma Icon. Was mache ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto von außen mit Hilfe der Artic Scanner einscannen. Da ist häufig das Problem, dass sich über diese großen Objekte die Genauigkeit nicht einhalten lässt mit den Artic Scannern. Stichwort Fehlerfortpflanzung. Abhilfe schafft hier die Scanreference. Bevor Sie scannen, legen Sie sich ein hochgenaues Referenzpunktnetz an, das Sie dann später exportieren und an dem sich dann der Scanner orientiert. Zum Arbeitsablauf. Im ersten Arbeitsschritt nehmen wir dieses Maßstabskreuz aus dem Koffer. Besteht aus zwei Teilen, die ich ganz einfach zusammensetze und dann gut sichtbar vor dem Objekt oder Auto platziere. Als nächstes platziere ich die codierten Targets und die nicht codierten Targets auf dem Objekt. Die codierten Targets sind magnetisch, halten also auf metallischen Oberflächen. Die nicht codierten Targets werden aufgeklebt. Dann nehme ich mir die Kamera. Das ist eine Kamera von Nikon mit speziellem Objektiv. Mit der mache ich um das Objekt herum aus verschiedenen Blickwege und Richtung einigen Bilder. Diese Bilder importiere ich dann in die Beide Software am PC. Die Software ist sehr intuitiv. Ich werde Schritt für Schritt durch die Software durchgeführt und erhalte dann am Ende ein hochgenaues Referenzpunktnetz. Im Genauigkeitsbereich liegt hier im Zehntel, wenn nicht sogar im Hundertstel Millimeterbereich. Also alles sehr genau. Dieses hochgenaue Referenzpunktnetz exportiere ich mir dann und importiere es dann wieder in ARTIC Studio und kann dann direkt mit dem Scand loslegen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns persönlich.